Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen auf MRGamesTV und zwar heute mit etwas einem anderen Video und zwar geht es um das Thema Merchandise, Gadgets, Zubehör, was auch immer das Ganze benannt wird und zwar habe ich ein Video gesehen, also Werbung Video im Facebook über diese FIFA-Spieler-Packs-Karten, die wir ja kennen, wo wir ja die Spieler ja kaufen, da stehen die Angriffsstärken und all das und jetzt gibt es wohl eine Webseite, die das Ganze verkauft, als eine gesamte Karte mit verschiedenen Größen und ich fand das eigentlich ziemlich cool aus und in diesem Video zeige ich euch von Anfang bis Ende bis hier ist, ob das wirklich so gut ankommt und funktioniert. Viel Spaß! So, hier sind wir auch auf dieser Seite, also ich will jetzt keine Werbung machen hier oder irgend sowas in der Art, aber ich will mir das Ganze für euch testen und anschauen, also cardsplug.com heißt die Seite und hier sieht man auch schon das ganze Teil, wie es schluss aussieht. Wähle einen Kartentyp, passe deine Karte individuell an, vervollständige das Kartendesign, schliesse deine Bestellung ab und bestätige. Hinter carddesign-Plug, unsere Perseute kann, okay, weltweiter Versand, beste Qualität, bereits über 50.000 Kunden, haben wir hier zum Ausfall, Gold, Greatest, Team of the Year, nominated Team of the Year, Gold, Want to Watch, Want to Inform, der gefällt mir nicht ganz schön, cardsplug in black, und ich will create this, ich denke, der gefällt mir hier, ab, 23, 84,000, werden wir in diesem Mal auch. Grösseauswahl, hier haben wir das kleine, das kleine, 34, medium, large, extra large, wir nehmen mal das medium, sieht so weit aus, ja, von der Grösse aus, dann der nächste Schritt, Grösseauswahl, Anpassungsart, erstelle dein eigenes, echter Fussballer, wir erstellen unser eigenes, lade dein Bild hoch, das habe ich vorhin schon gemacht, weil ich mir kurz angeguckt habe, sieht doch legendär aus, das hier, also hier, bitte kein Hate gegen den Verein oder was auch immer, jeder Verein gefällt, den er haben will, weil die werden das Ganze ja noch anpassen und schneiden, ich habe jetzt einfach mit dem grünen Hintergrund gemacht, da ich das Ganze habe und vielleicht auch einfachen Gitter, mal schauen. Infoübersicht, also nächster Schritt, your name, Vita, also ich denke, wir nehmen 88, dass das, das ist ja auch mein Jahrgang, können wir auch 88 nehmen, Pass, Dribbling, Defense, Physik, und was mache ich, können machen 89, ein bisschen verteilt, ein bisschen, ja, natürlich kann man mich jetzt nicht mit dem Fussballspieler vergleichen, aber sieht doch irgendwie okay aus. Da, Expressversand kostet nochmal 10, Wandbefestigungskit 10, die besten, einfachsten Wege der Karte an die Wand zu hängen. Expressversand, eigentlich auch nicht unbedingt, aber wir machen es mal, Versand, 51,24 Franken, Schweizer Franken, Pesos, Pesos, Dollars, Lire, Pasa, Pasa. So, jetzt gebe ich hier das Ganze ein, werde es bestellen und dann schauen wir, sobald es angekommen ist. So, liebe Leute, jetzt ist es soweit, zwei Wochen ist her, wo ich das Ganze bestellt habe, jetzt, heute ist es endlich angekommen, ich habe es natürlich noch nicht aufgemacht, ich mache das Ganze jetzt auf, ja, zwei Wochen, es ist ja eigentlich, also zweieinhalb Wochen ganz genau, ja, ist eigentlich okay, es ist ja jetzt diese ganze Krise halt, dann ist es völlig okay von der Zeit her, auch wenn ich die Expresslieferung bestellt habe, sonst wäre es bestimmt auf diese 10 Tage gekommen, aber ist okay, jetzt machen wir das Ganze aber mal auf, wir sehen uns das an, wie das aussieht, ich bin schon ziemlich gespannt. Vielen Dank, vielen Dank, jetzt halte ich es mal in die Kamera und gehe das Ganze um, und oha, ja, nice, sieht doch geil aus, geil, 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 auf jeden Fall ganz geil. Ganz geil sieht der Satz, ne, also wirklich schön, von der Nummer her, mit dem Foto haben sie es ganz gut gemacht, Qualität völlig okay, sehr gut, für den Preis, jetzt waren es 48 Punkten, das Ganze kommt ja von England, für, ich habe, was habe ich bezahlt, 4,50 Franken, glaube ich, oder 61 Franken, irgend sowas, habe jetzt die Medium Version genommen, ja, ist, ist okay, man kann es natürlich auch größer haben, wenn man will, aber auf jeden Fall für Freunde, FIFA-Freunde, auf jeden Fall ein tolles Geschenk, kann ich nur empfehlen, nice, ja, das war es eigentlich von dem Video, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, ansonsten schreibt mir in die Kommentare, was ihr so dazu meint, ob ihr das wird bestellen oder nicht, nehmt mich wunder, und vielen Dank fürs Reinschauen, Peace! Geist! Geist! Geist!